Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Planet Crafter auf unserem Planeten Humble. Schön, dass ihr mit da seid. Ich war gerade fleißig dabei noch ein paar Sachen zu holen von dem Meeresrund, die wir da hatten. Moment, ich gehe gleich weiter. Vom Eresrund da unten, die Sachen, ich habe jetzt alles mitgenommen, hatte bei der letzten Fuhre noch ein halbes Inventar frei und dachte, ich fliege dann von unten nochmal durch den Vulkan und nehme noch ein paar andere Sachen mit, die ich da noch liegen lassen hatte am Vulkan. Praktisch war der Gedanke, gut, nun bin ich auf dem Weg zu meinen bestehenden Lagerschränken über die ganzen Kisten gestolpert, die wir damals nicht leer gelootet haben und mein Inventar ist schon wieder voll gewesen, bevor ich an den Kisten war, die ich schon mal gelootet habe. War ein bisschen schwache Leistung. Ja, passiert. Aluminium. Ich bin bei der ganzen Aktion, aber noch über was ganz anderes gestolpert und das wollte ich euch jetzt einmal gleich zeigen. Es ist einfach wunderschön. Ich bin da einfach so, ich war auf dem Weg nach Hause, so ein Blindflug und zack, was geiles gesehen und dann ja, cool. Warum nicht? Habe ich hier noch Wasser? Ich nehme auch mal einmal Sauerstoff mit, nur das Prinzip. Und zwei Brunnen. Ich mache das jetzt zu Fuß. Das ist mega geil. Ich habe es eben, ich habe es noch gar nicht genau umgeguckt. Ich habe es gesehen und dachte mir, wow, das muss ich bitte in die Folge reinnehmen. Das werde ich jetzt entsprechend tun. Und zwar haben wir hier noch einen wunderschönen Wasserfall, der hier schön runterfließt von dem, was wir hier fleißig gemacht haben. Hier, der Wasserfall ist eine Höhle. Mit einer Verbindung Richtung Vulkan durch. Da. Guck doch das mal an. Wie geil ist das denn, bitte? Das ist doch einfach. Wow. Da geht es zu der Zeolithhöhle. Ich glaube, irgendwie darüber bin ich hergekommen und auch zum Vulkan. Ich muss mir hier mal ganz kurz durchgucken. Ist hier noch Chips drin? Hier ist was. Okay. Kann sein, dass wir hier die Höhle sogar schon kennen. Also ganz unbekannt kommt es mir jetzt nicht vor. Nur waren damals hier keine so wunderschön beleuchteten Bäume drin. Bei unserem ersten Aufenthalt hier. Ja, ist so schön. Ist noch eine Kiste? Hier ist es im Winter voll. Ja, es ist unglaublich. Ich nehme mal. Ich muss jetzt mal kurz einen Blick reinwerfen. Jetzt mit den ganzen Bäumen macht das Ganze natürlich noch viel mehr. Ach, das ist der Tun zum Vulkan, ne? Oder? Nee, doch. Doch, das müsste der sein. Ja, das ist der Ausgangs-Erste-Bium. Ja, doch, doch. Aber auch so geil. Wie verschacht denn alles hier miteinander verbunden ist? Eigentlich haben wir hier gefühlt nirgendwo hin mehr lange Wege. Na? Ah, hier. Guck mal, hier habe ich schon mal Eis inzwischen gelagert gehabt. Hahaha. So. Ist halt alles altbekannt hier. Aha. Muss ich noch kurz einen Weg nach draußen finden. Ach, genau. Hier bin ich rüber reingekommen. Es ist einfach nur cool. Willst du dem Fluss da jetzt nochmal folgen? Ach, komm. Mit vollem Inventar nochmal eine Erkundung zu machen. Was ist denn noch sonst? Ah, okay, okay. Ach, cool. So, da müsste ich doch gleich am Startpunkt sein. Stich rechts und links hoch und dann... ...haben wir das. Busch. Hier ist es mit dem Jetpack doch deutlich einfacher an solchen Windhochzeit. Ich merke, ich immer einrede. Hui. Tag oben. Cool. Auch natürlich hier wird das schon voll. Es ist so gut. Ich muss mal hier auch die ganzen Grundstoffe immer noch vom Boden kratzen, damit hier der Boden einfach schick aussieht. Aber das wäre echt ekelhaft wie Fleißer Gold. So, wir werden jetzt heute nochmal mit den Raketen rumspielen. Mich hatte ja doch stark irritiert, dass ich da eine Anzahl an den Raketen hatte, die im Himmel sind, von den einzelnen Typen. Was mich jetzt fast vermuten lässt, dass ich einfach mehrere davon... Oh. Oh. Hier sind's für zwei... Das ist das Rang. Oh. Iridium. Iridium. Drei. cool. Osmium und Superlegierung. Stäbe. Gut, drei Uranstäbe. Das heißt, wir könnten sogar manchmal wieder einen Reaktor machen, obwohl ich doch jetzt den Kerl-Fusionstypen da. Ein bisschen Osmium bitte. Ein Triebwerk. Und dann wieder was für die Blutkisten vorne. Wir schauen mal ganz kurz, was die für Luftdruck noch kostet. Das wäre nämlich das, was ich am interessantesten finde. Mehr Luftdruck gerade. So was Wärme und so angeht, bin ich eigentlich gerade tiefenentspannt. So war ein Herstellungsbonus. Sauerstoff, Pflanzen, Luftdruck. Da haben wir es. Aber mehr nicht. Hat vielleicht zwei oder drei Stück davon? Meine, das kostet ja nichts. Ich probiere es jetzt mal aus. Lithium. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Mach mal sicherlich. Wir sind jetzt bei einer Wärme von 136.500. Da haben wir auch falsch geguckt. Oh, ich hab was ausgelöst. Luftdruck. 100, äh, was? Sind wir jetzt bei 235.000. Okay. das funktioniert tatsächlich so wo ok noch eine wir kommen hier ein paar steuerin was macht ihr denn video könnte ich mir ein bisschen die video machen auch wenn ich dafür gerade definitiv mehr als genug habe das reichte soll weil ich darf vier rakete das jetzt wozu haben wir denn unseren orbital bildschirm das ist heftig plus 4000 prozent das ist der ansage rein prozentual betrachtet natürlich uns jede weitere rakete weniger weil das wenn ich das jetzt richtig sehe geht das wahrscheinlich auf den grund wert von damen und beim ersten prozent hat sie verzehnfacht und ich habe die kamera vergessen ist ja jetzt gerade gut aber die tausenden weitere tausend prozent die gehen dann ja wieder auf den grundwert aber da unser grundwert jetzt schon ein paar dort zehn erhöhtes sind das nur noch 90 prozent oder irgendwie so jetzt mal daumen das ist das ist geil das ist geil da braucht recht lang um zu steigen ich fände es natürlich cool wenn ich jetzt schaffen würde dass der luftdruck spürbar schnell steigt das wäre jetzt geil noch dass wir hier 2,66 und jetzt 2,67 wenn das so gefühlt im sekundentag passieren würde aber das ist glaube ich sehr viel zu viel verlangt dann können wir nochmal maschinenoptimierstufe 2 machen die ganzen sachen hier nochmal teilen geiler können wir sogar leisten 2 schwarzpulver, iridium und obsidian das war es jetzt und zwei schwarzpulver ich baue jetzt aber mal einen stift 2 ja vielleicht hat er ja noch einen weiteren multiplikator oder er kann sich um mehr maschinen kümmern das kann auch sein inkubator cool dann machen wir uns doch damit explizit mal um den luftdruck weil ich das einfach total geil finde ach ja hier komm wenn das hier schon so liegt und mich anlächelt noch was so ich baue jetzt mal den anderen acht maschinen 75 meter ich mache jetzt 3,3 ja der unterschied ist dass der halt acht kann und nicht und 3 sicherung damit könnte man ja richtig eskalieren oh oh hey dann kann ich ja noch drei weitere Stufe 4 Bohrer da hinsetzen was macht mich der spaß denn wenn dann wollen wir das ding auch ausreizen sehr gut Stromtechnisch könnte schwierig werden oder 197 habe ich noch nö nö geht 3 Stück kann ich noch machen so inventar ist ein bisschen zu gemüllt iridia fertige stäbe dann brauche ich sechs super legierung pro heißt 1 2 3 4 5 6 erste 1 2 3 4 5 6 der zweite 1 2 3 4 5 6 der dritte und jetzt das ganze nochmal in osmium neun stück bitte 1 2 3 4 5 6 der zweite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 das wird ja alles aber krass multipliziert so warte mal wir sind jetzt bei luftdruck 20 470.000 ok nicht einfach mal 10 raketen von jedem da rein machen dann geht da oben der fortschritt wieder richtig richtig hoch und nummer 8 mega gut und theoretisch dann da noch mehr sicherung rein das ist cool 745 naja das ist das ist fast eine verdoppelung ja gut wir haben auch die maschinenanzahl ja fast verdoppelt das ergibt Sinn gefällt mir so wenn ich sage ich hätte jetzt hier noch mehr raketen komm machen wir noch eine fünfte einfach aus prinzip 5 ist eine schönere zahl als 4 super legierung gut das habe ich jetzt haue ich das teuk aber auch echt raus das ist vielleicht nicht so schlau aber egal alles für unseren luftdruck vielleicht sammeln wir dann einfach noch ein paar von asturinen ein dann haben wir wirklich gut was geschafft heute so zack und und let's go rakete Nummer 10 ja 5 so da vorne Ich sammle den Spaß jetzt einfach mal ein. Das Problem ist, das fühlt sich nämlich massiv verschwendet, damit die Sachen nicht ohne. Uh, da kommt noch ein bisschen viel mehr rum. Oh! Uh, das ist natürlich geil, dass da so viel drin ist. Gut, es ist nicht in allem was drin. Da ist wieder was. Cool. Wäre das vielleicht auch eine gute Möglichkeit, mal Uran aufzufüllen. Wäre ja auch eher so ein Prinzip-Ding. Was da bedarf niedrig. Ja, ja. Da ist gleich dabei. Wie gesagt, ja, ja. Oh, wie ist hier? Okay. Eieiei. 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 Ich wünsche mir, dass ich mir die gleich nochmal abholen kann. Und dann Uran. Hast du überreden? Dann habe ich gewonnen. Und wie der Luftdruck jetzt einfach nach oben schießt. Aber unser Terraforming geht jetzt dadurch nicht zu viel spürbar schneller. Eieiei. 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 machen mit Iridiumstäben. Mega gut. Bitte nicht despawnen. Alter geil. Okay. Okay. Noch irgendwer ohne Fahrschein in Sichtweite. Ach, da hinten könnte noch egal. Das ist auch nur geil, wie viel das jetzt war. Das ist super. Schön. Das heißt, mehrere Raketen vom gleichen Typ bringt etwas. Das heißt, ihr habt mich jetzt wunderbar um Luftdruck einmal bemüht. Habe ich noch drei Slots frei? Ich muss den zweiten Iridiumstrang machen. Das ist echt eine geile Nummer. Oh. Ich muss den dritten Iridiumschrank machen. Das ist natürlich auch eine Option. Danach bin ich durch mit Iridium. Gut, daran ist, die kann ich noch zu Stäben komprimieren. Das heißt, so super schnell sind wir da nicht im Überschuss. Machen wir nochmal Stäbe. Ich muss den dritten Iridium disfrut. Jetzt wir haben genug iridium auf jeden fall erst mal ist meine bohne was können wir dann noch so habe ich zwei schießpulver in der hand da ist doch irgendwas so wieder nicht ganz richtig ich habe ich doch keine acht gebaut 1 2 3 4 5 6 7 8 doch doch luftdruck haben wir jetzt ordentlichen schub gegeben wollen wir uns dann noch irgendeinen schub geben streben und wir pflanzen ja gar nicht so schlecht aber rein der felsheimer müsste ich vielleicht mit den 1 nach dem abschießen jetzt nochmal gefühlt fünf mache für wärme ist auch billig natürlich insgesamt das geht jetzt massiv auf unsere super linkierung auch wenn ich da jetzt nicht das gefühl hatte dass wir da jetzt wirklich eine mangelerscheinung hatten aber wenn ich jetzt theoretisch noch vier davon mache da kriege ich auch die uran raketen könnte man doch noch was mit reißen aber ich glaube es ist das gleiche rezept nur halt statt silice wobald ich da jetzt noch vier raketen machen möchte haben wir eine menge uran zu sammeln wenn wir beim nächsten mal gefühlt sein uranschlacht fällt das wäre gar nicht so dumm das wäre vielleicht gar nicht so dumm die vier triebwerke sind glaube ich das größere problem zwei habe ich noch weiß gar nicht mehr was sie gekostet haben ich brauche mal zwei weitere super linkierung vier uran und zwei davon schlachtfeld könnte eröffnet werden machen wir beim nächsten mal dann lassen wir uns mal von uran bombardieren gucken wie voll wir unser lager kriegen weil wir diesmal gezielt auch darauf achten die sache mitzunehmen wäre nicht schlecht dadurch geht unsere wärme natürlich mächtig nach oben das ist ja auch nicht allzu dramatisch brauchen sie halt nur nicht nicht zu warm werden auf dem planeten ja ich würde das auf jeden Fall machen wollen es gibt ja auch später noch heizungsstufe 5 also ich glaube wir haben noch eine menge wärme die wir benötigen also ergibt das ja irgendwo sinn vor allem machen wir oben dann die terraforming index wirklich schnell hoch luftdruck ja erzextraktor stufe 3 den will ich haben ja wir machen dann beim nächsten mal eine uranschlacht ich müsste gleich nochmal den schrank vorbereiten so komplett zuversichtlich dass der schrank voll wird machen wir so vielen lieben dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss sprach brothers ja